Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Koki is the game Ich liebe es So Im letzten Part waren wir hier angekommen In der Hauptbasis der Bösen Und Das wird so nice So Wir sind in der Hauptbasis der Bösen Wie ihr wisst mach ich die 100% Also Auf geht's Der Spiel hat im letzten Part erst richtig gut Hat im letzten Part auf Und schon gezeigt was es wirklich drauf hat Wir haben die alte Frau getroffen Und sind biss Also diese alte Herrin Und das war unglaublich lustig Als wer den letzten Part nicht gesehen hat Unbedingt nochmal angucken Das war so nice So Und jetzt Wie wir wissen geht das Spiel erst richtig los Es hat seit dem Vulkan erst richtig angefangen Es ist seit Part 3 Ja Und wir freuen uns alle 70 Cookies gefunden Oh Werden reich So So Und jetzt sind wir hier in der Hauptbasis der Bösen Ja Jetzt wollen wir mal gucken Wer hier der Obermacher ist Aber Aber wie wir wissen Hat die Lava uns schon gezimmelt und so Oh Was ist das Es ist eine Hebeleinkerbung Aber der Hebel fehlt Vielleicht könnte man was anderes als Hebel nutzen Ja Die Frage ist nur was Wir gucken uns erstmal rum Da ist irgendwas Aber dort hin zu kommen ist ja der Wahnsinn Ah Immer eine gute Idee hier nochmal nachzupfen 30 Cookies Serie Ok 7 Cookies Ok Ist da noch was Nein Na dann auf die Oh Gott Ah Ah Das ist so gut Ah 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 So was ist das Ein Eimer mitnehmen Boah Wenn das ein Eimer ist Eimer halten Ein Eimer Wozu brauchen wir denn ein Eimer Hm Hm Gute Frage Oje 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 Frage die sich mir stellt Was wollen sie hier Frage die sich mir stellt Wollen sie versuchen einen Stock reinzustecken Zu stecken Äh Welchen Alter Stock Das War nicht effektiv Da Wollen Da Wollen 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 Normaler Stock Puh Doidoi Dieser Bereich heißt Doidoi Oh nein Gehen Ich kann mich noch sehr gut daran nennen Ich weiß Das hier war der schlimmste Bereich von allen Ihr werdet gleich sehen warum Ihr seht schon warum Oh Okay Los Zehn Cookies gefunden Okay Da ist noch eine Schatzkiste 50 Cookies gefunden Das ist gut So wie wir wissen Wenn wir an die Stacheln dran kommen Sind wir sofort tot Hmm Hmm Ne Nicht nur 50 Cookies Okay Gut das wäre geschafft Ich esse nur was Das ist gut Trank gefunden Das ist gut Trank kann man immer gut benutzen Geschafft Wir sind gut Wur ум Weil Oh Ah Es ist gut Wie Ich glaube, das ist Zeitpunkt, dass wir so gespeichert werden. 24 Uhr. Puh, ich hab's geschafft. Perfekt. Was gibt es hier? Einen Cookie? Äh... Yay? Äh... Denk ich mir auch so. Also... Jeder Cookie ist hart verdient hier. Sehr gut. Und ein bisschen speichern. Am Boden. Das war schlau. Das war schlau. So. Perfekt. Wir haben's geschafft. Ja, unten ist noch was. Ach du! Wie sollen wir denn da drin vorbeikommen? Ich glaube, das war so. Wie soll ich noch das? Einen... Ich denke! Ich bin schon. Ich bin schon. Was war bei dir? Und ich bin schon. Nein! Ey! Das geht doch mal durch! Bitte! Ich hab dir nichts getan! Oh, wir haben es geschafft! Kuki-Ebel gefunden! Was? Passt der vielleicht in diese Ebel-einvorrichtung? Das würde Sinn machen. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier rauskommen. Oh! So! Schaut! Nein! Wir haben es geschafft! Puh! Okay! Schön! Okay, das war kein Problem! Wir haben es geschafft! Schafft! Nein! Geh doch weiter! So! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Ja! Wir haben es geschafft! Ich habe es geschafft! Wir haben es geschafft! So ist besser! Oh mein Gott! Sehr schön! Den Hummel! Nein! Wie? Das ist nicht wahr. Wo bin ich? Oh Gott. 100 Cookies. Yay! Puh, geschafft! Oh Gott. Und ja, man braucht alle Schalter, sonst kann man hier nicht wieder raus. Das war so schlau! Perfekt. Okay. Wie hast du das geschafft? Herzlichen Glückwunsch! Was ist denn das hier? Anscheinend soll hier etwas Heißes rein. Hier ist Lava. Ich weiß nicht, was das ist. Schalter mit ihm. Lava in den Eimer füllen. Aha! Lava in den Eimer füllen. Dafür brauchen wir den Eimer. Lava in den Trümmerhaufen füllen. Lava wurde in den Trümmerhaufen gegeben. Eine Scheiße entstanden. Der Schalter kann jetzt benutzt werden. Aha! Vorher konnte er nicht benutzt werden. Schalter getätet. Ah! Jetzt können wir hier wieder raus. Ja, können wir. Schafft! Ein Versuch. Ah! Der Cookiehilde in die Einkappen stecken. Das ist ein Hebel entstanden. Hebel getätet. Yay! Eine Tür. Yes! Okay, wir haben es geschafft. Cool. Das ist doch ganz gut. 15 Minuten. Okay. Auf geht's. Seid ihr bereit für den Kampf? Dann los. Endlich! So, so. Du hast es also wirklich bis hierhin geschafft. Aber jetzt ist dein Ende gekommen. Es reicht. Du hast uns genug Ärger gemacht. Die Cookies gehören uns. Und ich werde dich jetzt töten. Dein Ende ist da. Okay. Level Aufstieg. Okay. Äh. Schön. Danke. Danke. Level 66. Dreifachangriff gelernt. Weil Toxic gelernt. Lichtsperrwegen gelernt. Dämoniak gelernt. Wolf ist jetzt Level 66. Genau dasselbe erlernt. Wie ist's jetzt Level 66? Weil Toxic erlernt. Level 66. Alles in der Peakspatra. Level 78. Wir werden erlernt. in dem welcher Ex-Song ist aufgetaucht. Oh mein Gott. Dann gucken wir doch gleich mal was das kann, das wir so haben. Lichtsperrwegen. Lichtsperrwegen. Hat das Bogen? Dann aufgehen. Oh mein Gott. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist das Einige. Das ist gut. Was mal weiter nicht spielen. Das ist gut. Ich werde das nicht spielen. Das ist gut. Was weiter nicht spielen. Ah. Oh mein. Drei-Dies. 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 Ohne vergiftet. Sehr schön. Wundervoll. Und dann wird es sein! Wo gehen wir das Haus? Oh yeah! Ich muss zwei machen! Take this! Take this! Einiges Hackflösch! Hat was drauf! Das muss man ihm echt lassen! Woah! Oh Mann! Take this! Was musst du bezahlen? Schnell, wir brauchen ein Benehns-Tank! Für die Wichtigste von allen! No must! Toadsast! Gut! Thanks! Oh Mann! So! Boah! So! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Okay! Woah! Wait! Wir haben ihn! Oh, siegreich! Ich will 90.000 EXP erhalten! Wo, Hör! hope we gotyn keyed in dollar, hein? NEEṣENN fighting! Na, hidden Marion that could happen... Es ist zu spät! Mein Meister erwacht zum Leben! Mwuh! Hahaha, no, oh, take off this shit! Hallo mein Meister! Cookie World! Mit Doppel K? Wo sind wir? Ich glaub wir sollen uns erst mal heilen lassen! So! Aber ihr habt es! Hier! Danke Leute! Wir beenden den Pater in dieser Stelle und sehen uns in der nächsten Folge wieder! Und schaltet wieder ein! Daumen hoch, wenn's gefallen hat! Im nächsten Part gucken wir wo wir gelandet sind! Also, es wird nice! Das Spiel scheint noch nicht vorbei zu sein! Yay! Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder! Schaltet wieder ein! Daumen hoch, wenn's gefallen hat! Und meinung in die Kommentare! Bis zum nächsten Mal! Bis dahin! Schau!